Sarafina Peter Wollny Mega Zoff hinter den Kulissen? Die Wahrheit kommt ans Licht Sarafina und Peter Wollny haben eigentlich allen Grund zur Freude. Vor wenigen Wochen ist ihre Tochter Hope Angel Silvia auf die Welt gekommen. Gerade reiste die Familie gemeinsam nach Deutschland. Werden sie dort auch ihre guten Freunde Kevin und Sari Haupt besuchen? Angeblich gibt es Zoff. Drama hinter den Wollny-Kulissen? Sarafina, Peter, Kevin und Sari waren unzertrennlich. Doch seit einigen Wochen spekulieren die Fans, ob es zwischen den Paaren geknallt hat. Habt ihr Streit oder keinen Kontakt mehr mit Kevin Haupt? Hakt jetzt ein Follower bei einer Fragerunde auf Instagram nach. Sarafinas klare Antwort? Weiß nicht, warum die Frage jetzt mehrfach kam und, wie ihr darauf kommt. Wir haben keinen Streit und haben täglich Kontakt zu Kevin und Sari. Sie sind unsere besten Freunde und die Paten unserer Jungs. Kevin repostet die Antwort und stellt klar. Punkt. Auch wenn es sich viele wünschen würden. PS. Der Onkel geht jetzt mit seinen Twins auf den Spielplatz. Die Fans müssen sich also keine Sorgen machen. Die Fans müssen sich auch nicht mehr 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 machen. Vielen Dank.